Geile Schottel an. Ah ne das nicht. Wow. Die ist auch schön. Hier guck mal hier ist ne schöne Waffe für dich. Ja. Ich beleg grad. Wie vergleicht man nochmal? Auf E. Und dann ganz runter scrollen. Ich kümmere mich nur um die Säcke da. Ist besser in Ziegenleuchtigkeit. Das macht halt nur eins mehr Schaden. Mehr Ziegenleuchtigkeit und hat halt Feuer. Aber mehr nicht. Ja Feuer ist immer. Guck mal. Der brennt immer noch. Ich überleg grad ob es sich lohnt. Ja keine Ahnung. Kann ich ihm nix sagen. Spare erstmal am besten. Ich mein am Anfang sind die Waffen eh noch nicht so hardcore. Ja ich würd's auch sagen. Dann verkauf ich jetzt mal die Pistols hier. Oh wenn ich nen Revolver finde ist es geil. Nein. Wenn ich mir die Heilgranaten kaufen kann hol ich mir die Heilgranaten. Die sind nicht die geilsten ja nicht gesagt. Ich find die Explosionsgranaten viel geiler. Nein es geht nicht um den Schaden sondern ums Heilen. Ja so viel heilen die aber gar nicht. Man hat später ganz viele Granaten. Kannst du einfach die ganze Zeit werfen. Oh das ist doch behindert ey. Ich werf fast nie Granaten. Ich mein guck mal so soll ich ne Granate auf Entfernung werfen wenn ich auch jedem einfach nen Headshot geben kann. Es geht ja ums Heilen nicht ums Schaden machen wie gesagt. Ja aber das heilt gar nicht so viel. Oh komm der Schuss der Acht den achte ich jetzt einfach mal nicht. Also ich find die schwul ich mich lieber Granaten nicht fett Schaden machen. Ja aber wenn es sie eh nicht benutzt. Ja aber wenn ich sie benutze sollen sie Schaden machen und mich nicht heilen. Also ich benutze sie immer weil man sie sowieso nicht benutzt. Ja ich benutze auch natürlich manchmal. Aber trotzdem. Catch right. Ja Catch right oder. Ja Catch right. Wer fährt. Wer fährt. Nein das können wir noch nicht. Wir müssen da erst so ne Immersion machen die so schwer ist. Trotzdem wer fährt. Ich will fahren. Kill den da hinten ne. Jetzt schieß schon. Einen Headshot bitte. Na also. Weiß ne Headshot. Na. Ich weiß jetzt nicht ob du den getötet hast oder ich. Du glaub ich. Catch right. Guck. Was muss ich jetzt mal machen. Wenn wir das aktivieren können müssen wir. Was ich guck mal kurz drin fest ne. Catch right benutzen Pinde und benutzen Catch right Station. Haben wir. Jetzt kill die mal. Nerven. Ja ok. Jetzt wo ich sie vorgeschwächt hab hier. Es ist doch die Catch right Station. Vielleicht kann ich drauf drücken. Ich habe auch auf E gedrückt aber mehr kann ich auch nicht machen. Finde benutzen können. Hier spreche ich es guter wenn es sich geht. Findet mich gleich. Südlich von der Stadt. Ist schon seit Monaten nichts mehr los. Ich bezweifle das ist. Es geht da runter. Wieso geht das nicht. Ich meine der Markierpunkt ist auch hier und das ist die. Ich weiß es genau. Ja ich auch. Ja jetzt kann ich machen. Hä wieso. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir Bonehead erledigen. Ich muss erst noch mal skillen. Oh du Sack schon wieder ein Level ab ey. Das ist kotzt am. Hui. Den Bonehead schaffen wir jetzt noch nicht. Ich weiß. Was machen wir? TK für Leib und Leben. Sack töt. Der ist nicht stark. Oh ich fühl die Arena. Die Arena ist cool. Ja aber da kommen wir noch nicht hin. Ich weiß es. Sack ist aber der große Stack. Das ist Gag oder? Ja aber der ist nicht stark. Kann man da hoch springen? Ne. Wir müssen rechts hoch und dann links. Ich hab nur hoch gesprungen. Ich bin viel cooler. Ich geh den Umweg. Du bist doch ein cooler. Kurz ist doch viel cooler als lang. Weißt du? Es kommt dir auf die Technik an. Nicht was man hat. Nein es kommt auf die Dicke an. Ja das auch. Also wenn man schon von Länge redet, kann man sagen, dass die Breite wichtiger ist. Ja. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ja ist gut. Ich weiß jetzt was die alle denken. Ich auch. Was für Spackhose ey. Nein ich denke jetzt eigentlich. Du hast Pimmel gesagt. Nein ich denke jetzt, dass sie denken, dass ich einen kleinen hab. Nur weil ich das jetzt so gesagt hab. Aber. Du hast ja auch einen kleinen. Nein. Ich wollte sagen, der Gegenteil ist der Fall. Datenscheiben finden. Mach ich jetzt die Datenscheiben? Was? Wir müssen einfach so Datenscheiben suchen. Machen wir die jetzt oder machen wir jetzt? Machen wir beides gleichzeitig. Machen wir beides gleichzeitig. Einfach. Okay ich klein einfach die Datenscheibe als Ziel. Ja 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 suchen wir die und dann stoßen wir automatisch auf den Kino. Und sieht so aus als müssten wir da hoch. Da unten drunter durch. Ach so weil ich ne geile Pistole hab. Ja. Nicht ne große Bumme. Oh ja. Schwul. Okay. Der Wechsel auch aus wie ein Penis. Muss man mein Penis sehen. Wie in all mein Penis sehen. Das klar. Sie sind eben von hinten angegriffen. Uncool Misty. Ha ich hab ne neues Dings. Neues was? Neues. Neues Shield. Cool. Damn. Verdammt. Ha. Du Sack. Du kannst es wagen. Wow 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 wow. Es geht auch später zu essen gessie tun es auch schnell nachladen. Machen zack zack ist ein Nachgeladen. Wo. Weg von mir. Du scheiße. die das ist ein Grund für Kenntnisse sind jetzt auf Level 1 wo sieht man das also es stand eben oben meine Achso du gehst auf ich weiß was man das sieht aber ah meine Schattenkenntnisse sind auf Level 1 meine Sniper Kenntnisse sind auf Level 1 ich finde das cool mit dem Skill System für die Waffen ich finde das auch cool das bin ich hoch pass auf da kommen die Vögel die sind schwul also stimmt da da muss man einfach rein halten ah ich treff die sowieso nicht HA LOL wieso mit der Pistol triffst du die doch gut ja die bewegen sich aber so schnell wow das sind noch mehr scheiße hier brennet brennt in ewigen Höhen Feuer hallo hallo ja ich hab' einen Schattenkunden schlechter ist ein ganzes Moni ja ich bin noch ein bisschen kurz nach meiner neuen Waffe guck 608 scheiße dass die selbe die ich hab wieso finde ich aber ich finde sie die heißen und ich bin ich bin schaden ohne Scheiß ich dachte man findet hier nicht zweimal dieselbe Waffe aber ich finde sie die heißen und da was sind genau dieselbe werte sind dieselben alles dasselbe also selben Werte im Grunde anderen Namen ja die hat nur nur 20 vor dem Namen ich wette die Waffen sind alle ein Zufallsprinzip gemacht worden in dem Spiel weil sie haben ganz viele Namen eingeben und ganz viele Werte und zufällig wurden die gemacht ich glaub' ein paar oh lol das finde ich so geil weißt du wenn einer auf mich zuspringt und sein Maul aufreißt halt ist die Schwachstelle und ich dem dann mit mir das Sniper reinschieße oh nur Shotgun ist scheiße besser Zielgenauigkeit nach der Schwindigkeit minus 24% Schaden wie scheiße irgendwie rock ich gerade wie viele Wohnhits waren das jetzt eben von mir hier keine Ahnung ich wollte die nicht mit der Shotgun nur wenn ich crit ähm manchmal wenn ich crit manchmal aber nur manchmal crittert der Kevin auch mal immer ja wirklich das ist wirklich gut angehört hau ich den scheißt hier mit meiner Feuerpistole aus Maul so so gehst du jetzt sterben ebenso gesprungen dachte ich voll runter guck da ist jetzt das erste Mikroding ja der labert jetzt irgendeine Scheiße das eine ist ganz oben wo ist denn das ähm aber ich hab ne und hier ist ne Kiste und da ist hoffentlich was cooles drin oh eine Sniper ich finde ich auch was ich finde ich auch was ich finde ich auch was was war da noch drin Granaten und Sniper Munition ach nur eine Sniper war da drin ja scheiße und so eine ooooh die ist cool ooooh die ist cool ooooh die ist cool gehen wir hier dann jetzt die schöne Landschaft von Borderlands wunderschön und du fällst grad runter los ja ich springe ich will nicht mehr leben nein ich lebe noch ooooh mein Schild ist tot ich hatte noch eins boah die neue Sniper gefällt mir richtig gut verdammt oh ist ne schon Level 6 hier wow ich werd angerotzt oh die hat aber nur 3 Schuze was hat er hast du in der Handkanade geworfen nein aber ich hab geschossen nur 3 Schuss bin ich echt gesagt ein bisschen schwul aber naja dafür machte der Damage ach die scheiß Kotze da ja die nerven die schießt auch schnell die Sniper ja aber das liegt daran dass ich geskillt habe eben dass er schneller schießt so viel schneller nee ich hab's ja schon zweimal gesprint ja wieviel ist die Waffe normal ja wieviel ist die Waffe normal